Joa, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Repples. Ja, äh, für uns ist es ja doch ein bisschen länger schon her. Ich erklär auch gleich alles warum und so. Vorher möchte ich mir das ja mal so ein bisschen angucken. Äh, Blut ist Niederlage. Ah, ein Buff. Okay, und ich habe eben gesehen, als ich eingeloggt habe, mh, habe ich ein Geschenk bekommen. Ich werde jetzt gleich nach der Folge erstmal, ich bin gerade so ein bisschen unbe... äh, so ein bisschen unvorbereitet. Und zwar, äh, wird es wahrscheinlich mehrere Events gerade am Laufen sein. Da werde ich in der nächsten, also nach der Folge mal durchgucken, was es alles da so gibt und so. Denn, auch wenn ihr es glaubt oder nicht, ich habe wieder so ein kleines bisschen Lust auf Repples. Äh, ich hatte ja jetzt mal eine Pause, die war auch dringend nötig, weil, äh, boah, ich habe Repples, weiß nicht wie lange gespielt, die ganze Zeit immer. Irgendwann hängt das dann auch einem zum Hals heraus. Jetzt habe ich so ein bisschen wieder Bock und noch viel, viel mehr Bock habe ich auf den Livestream, der jetzt bald kommt. Äh, für diejenigen, die es nicht wissen... Ich gehe mal nebenbei, ne? Für diejenigen, die es nicht wissen, der Livestream startet... ...nach der Folge 299. 300 möchte ich mir aufheben, wenn ich komplett mit Repples aufhöre. 300 kommt irgendwann, wenn ich komplett aufhöre. Äh, deswegen mache ich nur bis 299. Und, äh, werde dann nach Folge 299 den Termin bekannt geben, wenn der dann soweit steht schon. Wegen, äh, dem Livestream. Wann der Erste anfängt und wann die in welcher, äh, Abständen kommen, wisst ihr? Äh, also... So... Es wird übrigens wieder eine Folge mit, äh, längst vergessene Orte. Denn momentan habe ich nicht mehr so viel Input, was ich rausballern kann, auch an Themen. Und wir wollten dann ja im Livestream nochmal neu anfangen und so alles mögliche. Aber zunächst mal bin ich selber ein bisschen gespannt, was ist denn hier in dieser Lootbox überhaupt drin, in dieser Loginbox? Irgendwas, irgendein Item sicherlich wieder mal gucken. Eine Kiste voller Kreaturen. Und da drinnen war... So auf dem Anhieb nichts. Äh, modifizierter Fragment der Geschicklichkeit. Das ist doch schon mal ein Anfang. Cool. Wie gesagt, ich habe echt mal wieder richtig Bock auf Reppels. Und ich bastel mir, wie ich das schon mal gesagt habe, auch meinen Charakter so ein bisschen zusammen. Äh, für... Mh... Dem Livestream. Dass ich so ein bisschen den Crip habe. Weil ich möchte den Charakter ja relativ hoch gerne haben. So, ich nehme jetzt nochmal hier die Einheit an. Dann können wir ein bisschen schneller rennen. War doch so, ne? Genau. Ah, Mensch, wie lange ich jetzt Reppels nicht mal gespielt habe. Und ich habe mich auch wirklich mit Reppels gar nicht in der Zeit beschäftigt. Keine Sachen gelesen und, 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 und alles. Denn... Ja, wie gesagt, ich wollte echt mal Abstand haben. Und das hat mir auch echt gut getan. Das muss einfach mal sein. Und jetzt kann man wieder ordentlich neu durchstarten. So, wir sind jetzt hier im Kristalltal. Und da gab es mehrere gute Spots früher. Und zwar unter anderem... Also man hat, wenn man das Level noch nicht hatte, hier in dem Gang gekloppt. Was wahrscheinlich jedem relativ klar sein sollte. Äh, haben wir hier mal vorher hier bei dem hier im Gang gekloppt, bis der dann wiederkam. Weil früher war das ja auch alles immer noch so. Das dürft ihr nicht vergessen, ab CV gibt es ja Hidden. Also die Hidden-Portale. Das gab es früher gar nicht. Da hat man dann hier immer bei den normalen Monstern gekloppt. Und wie gesagt, so stark wie ich jetzt bin... Na gut, ich bin auch ein paar Level höher. War man nicht. Das heißt, man hat entweder hier im ersten Raum gekloppt. Und hat immer Angst gehabt, ob der schwarze Recher... Gespawnt ist oder einen niedergemacht hat, die ganze Gruppe. Oder man hat sich immer von den Pixies gefürchtet, weil die saustark damals waren. Aber man hat entweder da vorne oder hier gekloppt. Oder, was ich auch immer viel hatte, war in diesem Raum hier gekloppt. Und natürlich gibt es auch noch andere Spots. Ich renne mal ein bisschen weiter nach hinten. Vorzugsweise hat man sich bei diesem Dungeon immer Spots gesucht. Damals, wo am wenigsten Pixies dabei waren. Weil die relativ... Hartnäckig waren. Beziehungsweise relativ nervig. Genauso wie hier hatte man auch mal gekloppt. Aber hier waren Pixies. Und meine ganze Zeit, auch wo ich Solo immer gekloppt habe. Wo ich dann stärker wurde und so. Habe ich hier gekloppt. Weil hier sind keine Pixies. Hier kann man super kämpfen. Hier sind die bis Level 80 ganz gut vertreten. Zumindest der hier. Der kommt ab und zu mal als Patrouille vorbei. Der ist 84. Da konnte man dann immer hier ganz gut kloppen. So. Äh... In diesem Raum hier... Weiß ich gar nicht. Habe ich auch ab und zu mal gekloppt. Aber eher weniger. Also es ist nicht wirklich erzählungswert, dass wir in diesem Raum gekloppt haben. Ansonsten. Hier. Kristallschleifer. Wer kennt es nicht? Kristallschleifer haben wir auch immer ganz gerne gekloppt. Aber wir haben nicht hier... Äh... Was macht der Kristall hier? Gnade des Glückes. Aha. 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 Ach, das sind diese... Kristalle, die man in den Dungeon jagen kann, ne? Genau. Da habe ich irgendwo früher schon mal was von gelesen. Vor... Ein paar Monaten oder so. Da gab es das Event schon mal. Äh... Warum bleibe ich einfach nicht stehen? Ich kann das ab. Wie gesagt, man hat eigentlich in diesem Raum hier nicht gekloppt. Sondern eher in diesen Raum da hinten. In den hier. Hier war immer ein ganz guter Farmspot. Hier drinnen. Und... Es scheint mir so, als ob hier nichts los wäre. Oder... Täuscht das? Naja, auf jeden Fall hat man hier mal gekloppt und ist man... Dann ist man immer rausgerannt und hat den Kristallschleifer geholt, wenn er dann wieder da war. Ist dann wieder zurück in den Farmspot gegangen, hat da weiter gefarmt. Ah, das war schon eine schöne Zeit, muss ich sagen. Das war echt eine schöne Zeit. So, was habe ich denn da eben jetzt noch bekommen? Erhöht die Droprate um 20%. Oder das ist ja was. Der hält 10 Minuten und der andere hält 30... Minuten. Das heißt, mit einer Aktivierungswahrscheinlichkeit von 100% würde ich sagen, dass der eigentlich konstant an ist, oder? Wenn man entweder angegriffen wird oder wenn man selber angreift. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Weil, wie gesagt, ich möchte mich jetzt auch ein bisschen mehr mit Reppels wieder beschäftigen. Weil ich wieder Lust darauf habe. Außerdem muss ich mich vorbereiten auf den Stream so ein bisschen, ne? Ich werde auch, äh... Also, ich werde jetzt bis zum Livestream übrigens nicht privat spielen. Äh... Hat den Grund, weil ich, äh... Gerade nicht Zeit habe zu spielen, sondern ich muss meinen Charakter vorbereiten. Hab da noch einige Sachen, was ich machen muss. Und das hat erstmal Vorrang, bevor ich dann hinterher in Ruhe durchstarten kann. So, hier hat man auch immer ganz gerne gekämpft in diesem Kristallino-Raum. Oder, was auch ganz gut war, immer war dieser Raum hier. Das weiß ich auf dem englischen Server noch. Hier habe ich eigentlich meine meiste Zeit in Reppels verbracht. Weil, ihr wisst wahrscheinlich, damals war es so, man hat unheimlich schwer gelevelt. Wenn man dann, da gab es ja noch nicht Hexenquests. Das heißt, man musste tatsächlich von Level 75 oder 70 sogar, bis 80 oder 90, bis man am Palmier Plateau überhaupt hin konnte, weil da die Monster so stark waren, damit die überhaupt eine Gruppe mitgenommen hat, musste man da kloppen in diesem Raum. Oder man ist weiterhin nach hinten gegangen. Da wurde es aber auch gefährlicher. Äh... Da habe ich echt meine meiste Zeit in diesem Dungeon verbracht, glaube ich. Hey, da ist Kristallino. Hey! Hey, Christi! So, hier gibt es auch noch einen Raum. Hier habe ich, äh... nicht früher wirklich gekloppt, aber... eher jetzt, wenn ich mir einen neuen Charakter hochziehe mit einem iPad, dann gehe ich auch in diesen Raum hier ganz gerne rein. Äh, weil meine Pets sind nicht unbedingt ausgelegt für Hidden. Ähm... Was sich aber demnächst vielleicht ändern soll, weil ich werde da... Wie gesagt, ich möchte da auch ein bisschen aktiver sein und auch, äh... Oh, besseres Equip holen und alles Mögliche. Nur halt von Zeit zu Zeit. Hm... Hier gibt es ein paar Tafas, die hier, glaube ich, damals auch noch gar nicht waren, weil Tafas noch gar nicht dritte waren. So, hier kommt man wieder nach vorne, da wollen wir aber nicht hin. Dann können wir mal hier lang gehen. Hm... Die nächsten... Ecken hier in diesem Dungeon... war so, dass, äh... man hier eigentlich nicht wirklich gekloppt hat. Zumindest, ich habe hier nie damals gekloppt. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie mochten die Leute das hier hinten nicht. Ich war... Ich habe keine Ahnung, wieso. Irgendeinen Grund wird es gegeben haben. Zumindest meine Gruppen oder ich als, äh... Solo, wenn ich, äh... das Equip hatte, habe ich hier nie gekloppt. Eigentlich weiß ich nicht. Fand ich auch nicht so interessant hier in dieser Gegend. Da habe ich lieber dann da oben weiter im Dungeon gekloppt. So, und da kommt man hier irgendwann... Das dauert sicherlich noch ein bisschen jetzt. Äh... Ich nehme nochmal hier ein paar Tränke. Kommt man irgendwann in den Raum, wo... Ja, jetzt... Wenn ich jetzt weiß, wie der Boss heißt. Äh... Irgendwas mit Hören. Glaube ich zumindest, dass er irgendwas mit Hören heißt. Bin mir da auch nicht so sicher. Also von daher. Äh... Ja. So, gucken wir mal, wie er heißt. Hier hat man dann auch manchmal gekloppt. Fremdartiges Hören. Genau. Ey, da ist der Koala. So, fremdartiges Hören. Den hat man dann immer gekloppt. Der hieß, äh... Auf dem Englischen irgendwas mit Z. Irgendwas mit Z. Das weiß ich noch. Aber wie er genau hieß, habe ich keine Ahnung. Sag mal, fehlt mir hier noch der... Koala? Ne, für Acacia fehlt mir noch Koala. Aber das ist eh egal, weil... Ich werde den hier eh löschen. Ich werde den eh neuen machen für den Stream. Und da werde ich dann auch alle Quests mitnehmen. Ob es euch gefällt oder nicht. Aber... Das wird mein Hauptcharakter. Der wird dann richtig gespielt. Und... Da habe ich Bock drauf. Das heißt nicht, dass ich am Anfang nur Questen mache. Sondern, dass ich die auf jeden Fall alle machen werde dann. So... Gucken wir mal. Da ist Licky. Hier hinten hat man auch ganz gerne gekloppt. Aber... Man musste sich immer vorsehen vor Licky. Man hat eigentlich immer hier hinten in dieser Ecke gekloppt. Wenn man eine richtig, richtig, richtig gute DP damals hatte. Aber so eine richtig gute. Weil... Die waren relativ stark. Die waren 90. Man hat hier hinten immer gekloppt. Äh... Ja, weil man hier immer relativ viele umklatschen konnte. Weil der Spawn hier hinten relativ dicht war. Ja, dann gibt es da hinten noch einen Raum übrigens. Äh... Wo man... Das ist der... Wie nennt man den denn nochmal? Dieser Endroom da? Keine Ahnung, wie man den nennt. Auf jeden Fall konnte man da auch kloppen. Ganz gut. So. Was viele vielleicht, weiß ich nicht, noch wissen. Oder vielleicht auch nicht verstehen können. Dann haben wir damals hier in diesem... Äh... Zwischenraum. Hier war auch immer viel los. Hier sind heutzutage noch drei Stück, vier Stück. Ich glaube, hier waren damals ein paar mehr drin. Ich weiß es aber nicht ganz genau mehr. Zumindest konnte man hier auch immer ganz gut kloppen. Als Party. Wenn man vom Level her ein bisschen höher wollte. Aber nicht in den... Licky-Russraum rein konnte. Weil man da vielleicht dann auf die Fresse bekommen hat. Weil... Ihr habt ja eben gesehen, wie viele Monster da waren. Da musste man wirklich aufpassen und auch eine richtig gute DP haben. So. Ansonsten gab es hier noch den... Kristallschleifer-Raum, glaube ich. Ne? Nennt sich der. Ach, ne. Kristallschleifer war ja da vorne. Das ist Draco. Draco, genau. Der Drache. Äh... Beziehungsweise die Wüvern. Äh... Hier haben wir auch ganz gerne immer gekloppt. Und immer gewartet, bis der Boss kam. Vorzugsweise haben wir aber hier hinten in diesem Raum immer gerne gekloppt. Und haben dann immer... Nach, ich glaube, 20, 30 Minuten oder so... Der Draco wieder geholt. Und haben den dann wieder gekloppt. Ansonsten waren wir mal hier hinten unterwegs. Weil ihr seht schon, hier gab es viele Monster. Und das war auch damals, glaube ich, schon so. Da konnte man dann auch immer ganz gut kloppen. Ja, und dann gibt es noch einen Raum, wo wir noch gekloppt haben. Beziehungsweise zwei Räume. Und das war halt... Das Dungeon-Feeling von damals. Ich hoffe ja, wenn wir denn den Livestream machen, dass sich da einige einfinden werden, die auch Bock haben, mit mir einen hochzuziehen oder so. Dass wir immer so eine kleine DP haben. Da sind dann natürlich auch gerne Highpads erlaubt und so alles Mögliche, ne. Aber ich finde es einfach mal cool, wieder von Anfang an eine der richtige DP zu haben. Auch wenn es dann vielleicht für... Sagen wir mal, wir kriegen acht Leute zusammen, was ich unwahrscheinlich halte. Einfach dieses Feeling wieder hochgibt. Auch wenn es halt weniger XP gibt. So, in diesem Raum hier hat man auch immer ganz gerne gekloppt, wenn einem der Draco-Raum ein bisschen zu schwer war. Oder halt die Räume danach. Hat man immer hier vorne ein bisschen gekloppt. So, dann gibt es noch einen Raum, wo ich mich auch erinnern kann, dass ich damals da auch relativ viel Zeit verbracht habe. Und zwar ist das in diesen Raum hier rechts rein. Genau. In der Raum hier, der war, ich glaube damals auch mit vier oder fünf Wühlwannen, genau. Und hier konnte man auch mal ganz gut kloppen. Weil hier auch mal relativ sicher war. Also es kam, glaube ich, immer eine Patrouille von hinten mal hier reingeflogen. Oder so in der Art. Äh, aber mehr ist auch nicht passiert. Also man hatte hier immer relativ viel Glück. Ja. Ich würde sagen, das war es eigentlich hier mit, äh, dem längst vergessenen Orten oder Dungeon oder wie gesagt, dem nächsten Teil. Und zwar im Kristalltal. Einer wird jetzt noch kommen, und zwar Palmierplateau. Ich bin mir mal nicht sicher, ob das ein Video wird oder zwei. Weil Palmierplateau ist ja auch deutlich größer. Aber da muss ich mal gucken. Äh, ich werde jetzt das Video erstmal ein bisschen kürzer halten. Ich möchte mich nämlich natürlich auch selber gleich gerne informieren, was es denn für Events gerade am Start sind und so. Äh, was ich noch sagen kann ist, äh, ihr seht auch schon hier, mein Inventar ist total vollgemüllt. Wie gesagt, ich bin gerade halt dabei, mich ein bisschen vorzubereiten. Äh, werde jetzt, wie gesagt, aktiver wieder sein. Zumindest, äh, so ab Folge 299, also bis Folge 299 auch. Aber ich kann noch nicht versprechen, wann die einzelnen Folgen kommen. Weil ich muss mich ja nebenbei noch ein bisschen vorbereiten auf, äh, dem Stream. Auf den Charakter muss ich mich schon vorbereiten, dass der dann soweit fertig ist, was ich alles brauche und so. Äh, ich muss dann noch andere Projekte machen, muss arbeiten gehen und, 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 und. Aber es wird jetzt häufiger wieder kommen. So, dann bedanke ich mich erst mal recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss.